Kommen wir noch kurz zum Thema blauer Haken. Ich habe den nicht selber beantragt, also das hat Roger für mich gemacht. Man kann sich dann auch von mir aus fragen, was schlimmer ist, ob jetzt einer neben ihrem Becken blauen Haken beantragt oder ob sie heimlich mit ihm schreibt oder ihm folgt, obwohl man ineinander liegt. Könnt ihr für euch entscheiden. Also ich muss sagen, damit hat er ihn so richtig einmal gegeben, weil er hat es vorher auf den Punkt gebracht. Was ist schlimmer? Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Oster-Bunny-Wochenende steht auf jeden Fall für Jelis, Jannik und ganz viel Verwirrung. Die haben sich auf jeden Fall den perfekten Zeitpunkt ausgesucht, falls das Ganze inszeniert sein sollte, weil die Leute haben frei. Die denken sich auch so, haben wir gesucht und gefunden und jetzt wollen wir mal ein bisschen entertaint werden. Ich habe irgendwie so im Venus-Hügel, ich kann mich noch nicht entscheiden. Also entweder ist es wirklich inszeniert, weil sie ja auch ganz schnell auch diesen Chat dann hochgeladen hat. Das könnt ihr in meinem zweiten Teil sehen. Das sei alles Fake. Das ist so ein WhatsApp-Verlauf von Jannik mit jemandem, wo dann gesagt wird, das sei alles inszeniert, damit die bei Prominent getrennt reinkommen. Phyllis, Phyllis ist die Schwester oder was? Ist irgendjemand von ihrer Seite, der eine Management-Agentur hat oder Management betreibt oder was? Ja, I think, ich glaube eher, es ist nicht inszeniert. Das wäre eigentlich noch ein bisschen tröstender, wenn es so darum geht, zu gucken, wie schlimm es um Jille steht. Ich fände aber eine Inszenierung grauenvoll der Tochter gegenüber, weil ich glaube, die sind sich einfach nicht bewusst darüber, dass das wirklich im Netz bleibt und dass dieses Kind da irgendwann mal drauf zurückguckt und sich halt auch so denkt, guck mal, wie verkorkst ich aufgezogen wurde. Und dann gibt es auch noch einen Kommentar, über den musste ich gerade wirklich schmunzeln. Da schrieb jemand, ich würde meine Rolle übertreiben unter meinem Video und diese Person würde hoffen, Jilles würde mich anzeigen, wo ich mir so denke, mich jetzt? Ich? Also sorry, ich habe ja damit gar nichts zu tun. Also das kreieren die schon selber. Aber ich kommentiere das hier einfach nur und ich glaube noch mit am nüchternsten von allen und so am besorgniserregendsten. Auch ich bin besorgt um das Kind, obwohl ich das Kind auch nie gesehen habe, weil ich mir so denke, Alter, wenn das bei mir passiert wäre. Also meine Kindheit war ja schon so, dass ich heute viele Päckchen habe und dass ich der unsichere Bindungstyp bin, das könnt ihr euch hier angucken und so. Aber wenn ich mir vorstelle, Jilles wäre meine Mutter gewesen und es gäbe so ein Netz über meine Mutter, die arme, nachts im Badezimmer, wo sie dann so mit der Öffentlichkeit, mit so fremden Leuten einmal so teilt, was mein Vater so gemacht hat und dass mein Vater keinen Bock auf mich hatte, also da bleibt mir richtig die Luft weg. So schlimm stufe ich das ein. Naja, jetzt ist es halt so, dass Yannick endlich mal was sagen kann. Also Yannick meldet sich jetzt auch mal zu Wort, nachdem Jilles ja so alle Mutmaßungen so mit 600.000 Leuten geteilt hat. Ich habe ja auch gesagt, vielleicht hat der Junge geschlafen und konnte gar nicht antworten. Und sie hat dann einfach die Kamera in die Hand genommen. Deswegen sage ich, nehmt ihr die Kamera weg, Leute. Mondi oder der Vater oder die Mutter oder irgendjemand, bitte. Also Snow kann der Mutter ja noch nicht die Kamera wegnehmen. Das wäre auch irgendwie spannend. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn das Kind ihr die Kamera wegnehmen könnte. Kameraverbot für Yannick. Yannick macht das nicht. Mensch, es ist wirklich ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Pack dein Handy weg, bitte. So, und jetzt gucken wir uns an, was Yannick sagt. Ich halte mich mal kurz zurück, okay, und sage euch noch nicht, was ich darüber denke. Ja, aber ihr werdet es in diesem Video sehen. Und sagt mir bitte auch in den Kommentaren, was ihr darüber sagt, weil ich habe ja schon so meine Meinung, aber gucken wir mal. Yannick, los geht's. Also erstmal hatte ich nie vor, das Ganze so öffentlich zu thematisieren, wie das halt jetzt gerade im Raum steht. Also so öffentlich ist es an der Stelle noch gar nicht. Sie hat so ein paar Storys gepostet, aber sonst nix. Yilis hat mir theoretisch gesehen keine Chance gegeben, das mit ihr vernünftig zu regeln. Doch, du hast innerhalb von zwei Minuten nicht geantwortet. Also sah sie keine Alternative, als es mit ihren ganzen unbekannten Followern zu teilen. Als sie mir die E-Mail weitergeleitet hat, habe ich geschlafen. Und eine halbe Stunde später war das dann schon in ihrer Story online, ohne dass ich das gelesen habe. Ich habe euch gesagt, dass der Junge vielleicht geschlafen hat. Ja, egal was er gemacht hat. Selbst wenn er sauer gewesen wäre und sie ignoriert hätte. Man wartet, bis der Mensch wieder zu Hause ist und man mit dem darüber ordentlich reden kann. Alles andere schreit nach. Ich glaube, ich würde ihr sogar einen Betreuer an die Hand geben. Das ist verantwortungslos und erschreckend. Überhaupt, dass sie das als Weg genommen hat. Der Partner antwortet nicht. Also nehme ich eine Story auf. Hier. Dann habe ich mir natürlich schon gedacht, was geht ab, was soll das? Warum macht man das jetzt direkt öffentlich? Warum redet man nicht erst vernünftig mit mir? Selbst wenn ich sie, keine Ahnung, ignoriert hätte oder sonst was, wartet man doch, bis man sich wieder sieht. Genau, das ist es ja. Selbst wenn du sie ignoriert hättest, egal. Man wartet. Man teilt das nicht. Das sind nicht ihre Freunde. Sie weiß ja, ich bin in Berlin. Ob das jetzt ein Tag ist oder ob das eine Woche dauert, bis wir miteinander geredet haben. Für mich ist das, wenn fremde Leute einem sowas schreiben, dann lädt man das ja nicht einfach hoch. Also das gleiche Verständnis habe ich auch. Und ich muss auch sagen, mein Bauchgefühl die ganze Zeit beim Make-Love-Fact-Love scheint richtig gewesen zu sein. Die Frau hat scheinbar selber so gelitten einfach. Die hat ja auch nie herzlich gelacht oder irgendwie Leichtigkeit oder so an den Tag gelegt. Die war ja andauernd verkopft und nur am Rauchen und ist nur dem hinterhergelaufen, wo sie die größte Angst hatte, dass er sie verarschen wird. Und jetzt, wie sie auch mit so einer Situation umgeht, das ergibt einfach alles ein rundes Bild. Ich habe mir halt gedacht so, okay, die will mir halt gerade einfach nur komplett schaden. Die weiß gar nichts von meiner Situation, von meiner Seite. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass so Fake-News halt mal schnell in die Welt gesetzt werden. Ja, also was sie da für eine Mission hatte, we don't know. Also es ist einfach für alle, wirklich, wir sind alle verwirrt und wir sind alle schockiert und das Schauen ihrer Story war für uns alle wie ein Autounfall. Ich habe ihr dann gesagt, lass uns das bitte persönlich klären. So, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, egal was ich jetzt schreibe, sage, die wird wahrscheinlich alles einfach direkt online stehen. Ist halt auch so ein Punkt, ne? Also ich meine, egal was er jetzt geschrieben hätte, sie hätte das dann direkt, also so wie ihr und ich das, also so wie ihr und ich das mit unseren Freunden dann vielleicht teilen würden, so hey, guck mal, wir haben uns gerade getrennt und guck mal das und das hat er geschrieben, das hätte sie ja direkt auf Instastory hochgeladen. Kann ich schon verstehen, dass er da keinen Bock drauf hatte. Darauf ist sie nicht wirklich eingegangen. Sie hat ja dann einfach weiter Gerüchte in die Welt gesetzt, also auch schlimme Gerüchte, die auf gar keinen Fall stimmen. Also wirklich schlimme Gerüchte. Ich finde so schlimme Gerüchte, dass man sie schon anzeigen müsste. Also sie und nicht mich. Jetzt kommen ja sowieso sämtliche Menschen aus der Ecke gekochen und schreiben irgendwas, keine Ahnung, von Flirten unterwegs, hier und da. Das stimmt alles nicht. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das, was der Junge hier auch im Laufenden, im Weiteren sagt, stimmt. Und dass sie einfach weiß, dass sie so kacke rüberkommen könnte, dass sie gestern das extra alles gemacht hat, um irgendwie zu versuchen, von sich abzulenken. Weil erstens, warum schreiben diese Frauen alle erst jetzt? Und zweitens waren viele Nachrichten davon auch einfach super irrelevant, was er in der Schulzeit gemacht hat, auf einer Klassenfahrt, dass er Leute angeflirtet hat. Meine Güte, es gibt viele Paare, die flirten und scheinbar hat sie auch geflirtet, während sie mit ihm zusammen war. Und zwar mit einer ganz bestimmten Person. Eine Sache stimmt und die bestätige ich hiermit auch. Ja, ich hatte was mit einer Person. Das stimmt. Alles andere, mit Schweigegeld, mit keiner Ahnung was, stimmt nicht. Ich muss sagen, ich glaube ihm das. So, er hatte was mit der Person, aber Schweigegeld, also, wo hat sie sich das denn rausgesaugt? Also, wo hat sie den denn hergeholt? Ich will noch mal anmerken, Iris hat die Beziehung gestern beendet. Genau, das hat sie auch selber zugegeben, dass sie die beendet hat. Also, weiß ich jetzt gar nicht, wieso sie so rumheult, aber sie meinte das ja nicht so. Es war ja nur so, viele Paare trennen sich mal, ist ja ganz normal. Und demnach bin ich nicht fremdgegangen. Also, ganz ehrlich, wenn mein Partner sich von mir trennen würde, mich mir entfolgen würde, auf Insta und dann alle unsere Fotos, unsere gemeinsamen Fotos löschen würde, da würde ich aber auch ganz sicher davon ausgehen, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Ich bin bei euch, das ist nicht richtig und nicht cool und das macht man auch nicht so kurz nach einer Trennung. 100 Prozent, da stehe ich zu, das gehört sich nicht, das ist richtig, aber es ist nur mal passiert und damit muss ich jetzt leben. So, genau, außerdem, wird er ja auch gleich noch ein bisschen weiter erzählen und diese Trennung ist ja manchmal auch nicht so eine Entscheidung, die man gerade getroffen hat, sondern man bereitet sich innerlich schon drauf vor und hat vielleicht auch schon in der Beziehung ganz viel Schmerz erfahren und hat eigentlich schon viel früher angefangen, sich zu distanzieren und dann irgendwann ist diese Beziehung vorbei, vor allem, weil sie sie beendet hat, und ja auch das demonstriert hat und unterstrichen hat mit Blocken und Bilder löschen, also es war jetzt nicht einfach mal so flapsig dahergesagt, sondern es war ja schon mit Taten, die dann folgten, die auf Endgültigkeit schließen ließen und dann finde ich schon, dass es passieren kann, dass man dann so sagt, ey, weißt du was, ich stecke heute einfach einem weg, weil mein Ego hat in den letzten Monaten so krass gelitten, dass wir vorher halt schon viele Probleme hatten, lässt sie völlig außen vor, dass sie acht Monate mit meinen Gefühlen gespielt hat und mich extrem verletzt hat und wird auch nicht erwähnt. Nee, sie hat jetzt ja auch wirklich nur ihre eigene Sichtweise geschildert, sie hat ja auch zu keinem Zeitpunkt irgendwas zugegeben, was sie vielleicht falsch gemacht hat, das finde ich auch so geil, weil er macht das, er sagt ganz klar an einigen Stellen, okay, das habe ich gemacht, dazu stehe ich, das ist vielleicht scheiße, habe ich aber gemacht, bei ihr gab es ja keine einzige solche Sequenz. Roger hat mich mit einer Reise nach Ibiza überrascht, wir sind dann relativ zügig auch ein paar Tage nach dem Finale nach Ibiza geflogen. Bevor ich geflogen bin, hat jedes gesagt, sie würde noch ganz gerne mit Max sprechen, telefonieren und einfach über alles reden. Ich habe gesagt, ja, klar, kannst du machen. So, darüber wusste ich Bescheid, weil ihr war es halt wichtig, einfach da nochmal über alles zu sprechen und ich habe mir gedacht, okay, komm, ich vertraue ihr, mach einfach, klar, dann ist das Thema vielleicht auch dann durch, habe ich halt gedacht. Ja, ist auch eine schöne Vorgehensweise, also bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, ist erstmal nichts Schlimmes dran, außer, dass sie mit diesem Max halt nochmal reden musste. Gut, sie hat das nicht heimlich gemacht, sie hat ihn gefragt, er hat dem zugestimmt, zugestimmt, also bislang hört sich die Geschichte erstmal gesund an, weil sie hat ja auch für Max Gefühle entwickelt, ne, so. Dann bin ich wiedergekommen und habe halt dann immer mal wieder mitbekommen, dass die miteinander schreiben, immer noch. Sie hat halt immer gesagt, das ist alles nur belanglos und da steckt nichts dahinter und, und, und. Ne, und da bin ich halt raus, du schreibst ganz bestimmt nicht mit dem Typen, den du eigentlich gerne gehabt hättest im Finale, ne, in den du dich mit, äh, parallel verliebt hast, da gibt es nichts Belangenloses zu schreiben, Verstehst du? Lass es einfach, schreib dem nicht mehr. Irgendwann habe ich halt gesagt, so, mich, mich verletzt das, ich möchte das nicht mehr, also die Person, die dich liebt, sagt dir halt gerade, dass sie das verletzt, bitte lass das sein. Absolut, legitim und da hätte sie aufhören müssen, weil es ist auch richtig verständlich, finde ich, dass es ihn verletzt hat und warum es ihn verletzt hat. Sie hat doch da nicht einfach weitergemacht, oder? Hat sie nicht sein gelassen. Die beiden haben ja, habt ihr ja gehört, irgendwie zwei, drei Monate noch miteinander geschrieben. Geht gar nicht. Hat sie nicht erwähnt in ihrer Story, ne? Schade. So ein Fünkchen Selbstreflexion würde natürlich auch dazu führen, dass sie eben nicht mehr so, so unterwegs ist, wie sie es nun mal ist. Aber sie hat das ja gar nicht mit reingenommen in ihre Gleichung. Könnte sein, dass er vielleicht verletzt ist, weil er so lange schlucken musste und sich so lange einer schmerzhaften Situation ausgesetzt hat, weil ich von diesem Max nicht weggekommen bin. Ja, das hat sie gar nicht thematisiert. Ganz komisch. Dann hatte sie halt sehr lange noch diesen Ring von ihm an. Ich habe bestimmt fünfmal gesagt, bitte zieh ihn aus, mich verletzt das. Du hattest für diesen Menschen Gefühle und es ist nur mehr als verletzend, diesen Ring immer noch zu tragen. Das macht man halt in einer Beziehung einfach nicht. Ist das wirklich ihr Ernst? Ist das wirklich ihr Ernst? Also, gibt es da Beweise für? Gibt es da irgendjemanden, der sie mal mit diesem Ring gesehen hat? Weil wenn sie das wirklich gemacht hat, hat sie vielleicht auch was dazu gesagt? Weil wenn sie sagt, sie hat ihn wirklich getragen und sie findet dafür irgendeine Ausrede, dann kann ich auch nicht mehr. Also jedes, wenn du das gemacht hast, also wer von den Zuschauern kann verstehen, dass Ina es verletzt hat und dass er sie drum gebeten hat, den bitte runterzunehmen. Ich habe sie gefragt, wie würdest du das finden? Findest du das gut, wenn ich einen Ring von jemandem habe, mit dem ich was hatte? Ja oder nein? Sie hat gesagt, nein, natürlich nicht. Hat ihn trotzdem getragen. Also, wie gesagt, wenn das stimmt, dann kann ich den jungen Mann sehr, 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 sehr gut verstehen. Ja und dann kann ich sie umso weniger verstehen und dann ist sie für mich einfach nur noch mehr eine riesige, riesige Lachnummer. Irgendwann habe ich halt gesagt, jetzt reicht es, zieh bitte diesen Ring aus. Ich kann diesen Ring nicht mehr sehen. Dann hat sie ihn ausgezogen, in so ein kleines Portemonnaie gesteckt. Wochen später sollte ich für sie dann in der Apotheke was holen mit ihrem Portemonnaie. Dann lag der Ring auf einmal in ihrem Hauptportemonnaie. Und auch da sind ja eigentlich immer nur Dinge, die einem wichtig sind. War wieder sehr verletzend für mich. Ich muss sagen, ich verstehe ihn. Also, so und ich bin entsetzt. Und ich muss auch sagen, ich glaube ihm irgendwie. Also, wenn er das jetzt alles erfindet, dann haben wir hier nochmal ein ganz anderes Fundament. Aber wenn das so stimmt, ja, und sie hat ihn dann einfach umverfrachtet in ihr Portemonnaie, dann geht das gar nicht. also dann, das geht einfach nicht. Kurz zu dem Ringthema, den Ring gibt es nicht mehr, der ist weg. Ich habe einfach nichts gesagt, ich habe diesen Ring einfach verschwinden lassen. Sie hat es halt irgendwann gemerkt, mich doch angesprochen. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es hat mich sehr krass verletzt und ich konnte diesen Ring nicht mehr sehen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ja diesen Ring auch irgendwo weggeworfen. Mich hat es natürlich verletzt, dass es notwendig war, dass ich diesen Ring wegwerfe und dass meine Partnerin, dass der das so egal ist, was sie da gerade mit meinen Gefühlen macht und dass sie den nicht von alleine entsorgt hat. Oder den einfach, was weiß ich, in irgendeine Ecke geworfen hat. Also, so weder im Portemonnaie noch am Finger. Also, sie soll mal froh sein, dass er ihr den Finger mit dem Ring nicht abgeschnitten hat und den weggeworfen hat. Dann kamen die beiden Party-Nächte, wo wir halt mit den Jungs feiern gegangen sind. Max war halt auch da. Ich war nicht cool damit, ist ja klar, aber ich habe ihr halt vertraut. Warum auch nicht? So, und das ist ja wahr. Also, ich meine, dass er sich da dem immer aussetzen musste. Mir tat der Junge ja schon leid im Finale, weil man hat auch ganz genau an Jelis Reaktion gesehen, dass sie eigentlich den Max wollte. Deswegen habe ich ja auch schon in meinem Final-Review gesagt, gemerkt, Alter, er ist einfach nur ein Trostpreis. Und danach, so ein Gefühl hat er ja scheinbar auch die ganze Zeit über bekommen. Ich hatte auch keinen Bock, auf eine Party zu gehen, wo dann der Max auch mit dabei ist. Und wenn ja, dann würde ich erwarten, dass Jelis nicht mit ihm redet. Die beiden haben halt extrem viel miteinander geflirtet vor meinen Augen. Ich kann sie auch sagen, was sie will. Alle anderen haben mich immer nur so angeguckt und meinten so, was geht ab? Was soll das? Auch das macht man nicht. Nicht nach dem, was alles passiert ist. Das geht einfach nicht. Finde ich auch. Geht einfach überhaupt nicht. Wenn das jetzt wahr ist, dann tut sie mir halt auch einfach derbe leid, weil sie einfach überhaupt nicht sieht, dass sie diese Beziehung kaputt gemacht hat. Egal, ich habe immer meine Fresse gehalten. Ich habe immer meine Fresse gehalten. Ich habe nie was gesagt. Auch weil sie immer gesagt hat, so bitte sag nichts und so. Sei einfach cool mit der Situation und so. Ich habe mir gedacht, so ja, okay, komm. Ja, sei einfach bitte cool mit der Situation. Ich hätte ihn gerne noch so als, keine Ahnung, so Flirtobjekt und so weiter. Ich liebe ihn halt irgendwie immer noch ein bisschen. Alter, warte an der Fresse, okay. Und sei ein guter Vater für Snow. Dann kam es, zu dem Abend, den Max auch erwähnt hat. Da haben die beiden halt, ja, auch sehr viel miteinander geflirtet. Auch dazu stehe ich. Ich habe Max eine geklatscht, ja, das stimmt. Okay. Und meint ihr, er hat Max einfach so eine geklatscht? Oder vielleicht wirklich, weil es ihn zur Weißblut gebracht hat, dass sie mit ihm so viel geflirtet hat und geredet hat? Weil die beiden halt, wie gesagt, vor meinen Augen halt echt sehr viel miteinander geflirtet haben. Ey, der Arme scheint richtig viel gelitten zu haben. Jetzt mal wirklich. Die Klatsche wird es ja wirklich gegeben haben, wenn Max das auch gesagt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Yannick dem einfach so einen klatscht. Und er so, nein. Nein, 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 nein. Das macht man wirklich nicht. Gerade in dieser speziellen Situation nicht. So, du kannst mit dem Trostpreis nicht so umgehen und so vor seinen Augen mit diesem Max dann flirten und reden und so. Nein, das macht man einfach nicht. Gerade, wenn man so wie Jelis unterwegs ist und so viele Männer einen schon verletzt haben und so, da müsste man doch umso empathischer sein. Auch Jelis wird das abstreiten und wird sagen, hey, wir haben nur miteinander geredet. Ich habe ihr hundertmal gesagt, dass mich das verletzt. Und wenn dein Partner dir sagt, dass sich das verletzt, dann muss man das ja nicht machen. Oder? Stimme ich vollkommen zu. Stimme ich dir vollkommen zu und ich bin gespannt, was die Schnuffelhasen hier an der Stelle sagen. Naja, auf jeden Fall, als ich ihn geklatscht habe, sind vier, fünf von den Leuten, die mit waren, mit Max rausgegangen. Dreimal dürft ihr raten, wer auch mit rausgegangen ist, anstatt bei seinem Freund zu bleiben. Jedes. Sie ist mit ihm halt dann rausgegangen, anstatt halt irgendwie bei mir zu bleiben. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich sage auch hier, wenn das alles stimmt, was für eine ekelhafte Aktion du warst dein Freund eifersüchtig mit Max, okay? Der arme Junge rastet aus und klatscht ihm eine, als Zeichen seiner Verzweiflung, okay? Und dann gehst du mit Max raus, statt dich an die Seite deines Partners zu stellen, dich räudig zu schämen, vorzuschlagen, nach Hause zu gehen, dich zu entschuldigen und so etwas nie wieder vorkommen zu lassen, gehst du mit Max raus? Ist das wirklich ihre Vorstellung von wir sind eine Beziehung und wir sind zusammen und wir sind hier die Unit? Irgendwann später habe ich dann von jemandem erfahren, dass Max wohl erzählt hat, dass die beiden sich an dem Abend auch geküsst haben sollen. Keine Ahnung, warum er das erzählt. Ich habe jedes darauf angesprochen, die Reaktion von ihr war ein bisschen komisch, aber sie hat es halt verneint. Bis heute weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Keine Ahnung, gibt halt keine Beweise. Ist ja auch ein interessantes Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Show hat Max ja eigentlich nur Sachen erzählt, die wirklich passiert sind. Keine Ahnung, ob der jetzt nur Feuer zünden wollte, aber auch da muss ich leider sagen, rein von meinem Venus-Hügel-Gefühl, ich kann mir vorstellen, dass so etwas passiert ist. Fragt mich nicht, warum, aber ich kann mir vorstellen, dass so etwas passiert ist. Ja, dann geht es halt weiter mit Make-Love-Fake-Love-Finale, mit den Interviews. Ihr habt ja alle mitbekommen, sie hat ihn dauernd in Schutz genommen, obwohl er wirklich so, so, so schlimm über mich gesprochen hat. Auch da habe ich nie was dazu gesagt. Ich habe mich einfach nie dazu geäußert. Ich wollte ihm keine Plattform geben, ich wollte auch nicht, dass jetzt irgendwie so ein Rosenkrieg stattfindet oder so. Ich habe einfach nie was dazu gesagt. Fand es immer nur sehr verletzend, dass sie halt immer auf seiner Seite war und auch der Spruch, dass Luisa ja für ihn in der schweren Zeit da sein sollte, das ist halt einfach nur alles total schade. Also was will man dazu sagen? Sie hat irgendwo gesagt, dass Luisa die Arme für den Max da sein soll in der schweren Zeit. Welche schwere Zeit hatte Max denn jetzt bitte? Hat das jedes gesagt? Hat sie wirklich dann noch so ein Mitgefühl für ihn entwickelt? Finale ist gekommen, sie ist ihm gefolgt, direkt, da lagen wir zusammen im Bett. Er hat ja kommentiert mit dem Herz, sie hat das Herz geleitet. Jedes hat mir vorher immer gesagt, Janik, wenn du jemals einer Frau folgen solltest, werde ich Schluss machen. Dann macht sie es selber, habe ich auch nicht verstanden, keine Ahnung. Okay, wow. Ich muss dazu eine Sache sagen, das werde ich auch kommentieren. Und zwar wurde mir das von einer treuen, von einer treuen Schnuffelhäsin geschickt. Und zwar gibt es da wohl ein Format, das nennt sich Promis Privat. Ich habe da mal kurz reingehört, da sind auch ein paar Videoaufnahmen davon. Da ist die Familie von Jilis zu sehen und da ist der Vater von Jilis zu sehen und eben auch ihre Mutter. Der Vater ist wohl türkisch, türkischer Herkunft und die Mutter deutscher Herkunft und da ist wohl zu sehen, wie scheiße die Mutter den Vater behandelt. Und das auch vor den Augen von Jilis. Und wir wissen ja, dass wir viele Sachen, die wir in der Kindheit vorgelebt bekommen, auch so weiterführen. Und das ist jetzt einfach mal so eine Parallele, die mir da gerade einfällt und zwar oder auffällt vielmehr, dass ihre Mutter ihren Vater ja auch immer ziemlich scheiße behandelt. Und laut diesen Aufnahmen. Und wenn Jilis dann aber sagt, wenn du einer Frau folgen würdest, würde ich ausrasten und dann folgt sie aber dem Max. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie dem Max folgt. Also so, das ist auch sehr unsensibel. Dann auf einmal war bei ihm ja oben die E-Mail-Rosen-Schwestern. Also ist er ja dann ins Management gekommen. Ich habe auch nie eine Information darüber bekommen. von Jilis nicht, von Jilis nicht, von niemandem. Und alle wussten es. Im Endeffekt muss es mir keiner sagen. Jilis ist ein freier Mensch, sie kann machen, was sie will. Aber allein aus Respekt hätte ich es mir halt gewünscht, dass man mir das sagt. So, weil wenn ich jetzt ein Management gründen würde und Luisa da reinholen würde, dann würde Jilis das bestimmt auch nicht cool finden. Ganz einfache Sache. Okay. Da könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen und mir sagen, wer diese Jilis ist. Aber wenn das irgendwie eine nahe Person von Jilis ist und die dann den Max so und alle wissen das unter Vertrag genommen hat, dann finde ich, hätte man das unbedingt besprechen müssen mit Jilis. Weil Jilis tritt ja in diese Familie. Jilis, Snow, die Eltern, whatever, die Schwester oder wer diese Phyllis auch ist. Es reicht schon, wenn Phyllis jemand von der Seite von Jilis ist und das scheint es ja hier zu sein, dann muss man das besprechen mit Jilis. Das ist ein sensibles Thema. Alter, wenn die das nicht begriffen hat und wenn das hier alles stimmt, dann ist die mächtig gegen die Wand gelaufen, die Frau. Da muss ich ja sagen, die Einschätzung, die ich über sie hatte, ist ja nicht annähernd stark genug gewesen. Das ist jetzt nämlich alles noch um ein Vielfaches intensiviert. Auch dazu habe ich nicht viel gesagt. Ich habe wirklich sehr viel geschluckt. Ich wollte schon oft die Beziehung beenden, ja. Ich habe jedes auch schon oft gesagt, ich bin so nicht glücklich, das verletzt mich alles so krass. Ich hatte wirklich immer Bauchschmerzen. Ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er meint. Der hat sich einfach die ganze Zeit angepasst und gedacht, ach, es wird schon besser. Irgendwie schaffen wir das schon, weil er sie so geliebt hat oder so verliebt in sie war. Aber die ganze Situation und dass sie halt niemals zu ihm stand, scheinbar, hat ihm immer wehgetan und hat für so eine Dauerübelkeit gesorgt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden so krass liebt und der euch wirklich immer wieder so verletzt, dieses Gefühl im Magen, das ist so schlimm, das ist wirklich so schlimm. Für mich ist das absolut authentisch. Ich kenne dieses Gefühl sehr, 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 sehr gut und ich habe dieses Gefühl nicht mehr, aber ich hatte das auch mal und ich fühle ihn voll. Ich glaube nicht, dass das gelogen ist, Leute. Dann war sie in Australien und hat mir dann irgendwann geschrieben, ich würde dir gerne sagen, dass ich mit Max telefoniert habe, was ja auch nicht normal ist, nach dem, was alles passiert ist, dann noch mit ihm zu telefonieren. Sie hat dann halt so gesagt, ich habe den Urlaub genutzt, um über meine Gefühle klar zu werden. Ich muss dazu sagen, wir waren da schon fünf Monate zusammen. Also ich habe keine Zeit mehr gebraucht, um über meine Gefühle klar zu werden, nicht nach fünf Monaten. Also ciao, Kakao, da wäre ich halt auch sowas von raus gewesen. Aber das ist genau das Gefühl, was ich hatte. Ihr Gesicht spricht Bände alleine schon beim Finale. Also wie sie dann so geguckt hat, als Luisa reinkam und als sie sich dann für ihn den Trostpreis entschieden hat und das passt einfach. Und wenn sie wirklich nach fünf Monaten gesagt hat, sie hat den Max auch nochmal angerufen, hä, warum telefoniert ihr? Bist du dumm oder was? Und dann auch so, ich musste mir über meine Gefühle klar werden, wenn sie das wirklich nach fünf Monaten der Beziehung gesagt hat, da wäre ich aber auch sowas von weg gewesen. Da hätte ich meine Beine in die Hand genommen und wäre gelaufen. Auch das habe ich ihr verziehen, weil ich halt an uns geglaubt habe, ist ja klar. Eine Sache muss ich noch ergänzen. Ich habe zwischendurch mal nach dem Verlauf gefragt von den beiden. Da hieß es einfach nur, der ist gelöscht. Wenn das auch stimmt, dann soll sie sich in Grund und Boden schämen. Ich schwöre, ich würde jetzt an ihrer Stelle, wenn das wirklich stimmt, würde ich Instagram löschen. Ich würde es wirklich lassen, Jilis. Es gibt noch die Chance, dass du Snow noch ein bisschen schützt, aber wenn du wirklich so unterwegs bist, dann geht gar nicht. Aber dann wirst du auch nie eine gesunde Beziehung anziehen. Da wird ja jeder mit sicherem Bindungsstil von dir weglaufen. So sicher kann der Bindungsstil eines Menschen gar nicht sein, dass er sowas erträgt. Den gibt es nicht. Und jeder von euch weiß, man löscht nur Verläufe, wenn da was steht, was der andere nicht lesen soll. Also da würde ich auch meinem Partner was erzählen. Wenn er mir erzählen würde, er hat da Verläufe mit jemandem, auf dem er mal stand oder so, gelöscht. Also, wie auch immer, ich habe hier wirklich immer alles verziehen. Ich habe immer an das Gute geglaubt. Ich habe immer an uns geglaubt. Mein größtes Problem war halt immer Snow. Es ist einfach Fakt. Jeder weiß, die ganze Familie weiß, wie krass die Beziehung zwischen mir und Snow ist. Das ist voll süß. Endlich redet ja auch mal jemand hier über Snow. Wisst ihr? Ich liebe sie, als wäre es mein eigenes Kind. Das habe ich schon mal gesagt. Das ist auch immer noch so. Ich habe ihr das auch oft gesagt in den Gesprächen, wo wir halt darüber gesprochen haben oder wo ich halt gesagt habe, ich bin nicht mehr glücklich. Ich habe ihr immer gesagt, da bleibe ich auch bei, egal was mit uns passiert, Snow kann da nichts für. Sie hat nichts damit zu tun. und ich möchte gerne oder ich würde sehr gerne für immer halt die Vaterrolle übernehmen. Für immer einfach der für sie sein, den sie halt nicht hat. Da bin ich halt gespannt, was sie zu sagt, weil bei Jimmy Blue ist sie ja so schön immer am Meckern, dass er die Tochter nicht sehen will. Aber jetzt haben wir hier einen Kandidaten, der sagt, ey, alles, was hier gerade zwischen uns passiert, hat nichts zu tun mit den Gefühlen, die ich für Snow habe und ich wäre gerne auch danach für sie eine Vaterfigur. Ist ja das, wonach sie immer sucht. Mal gucken, ob sie das dann jetzt auch annimmt. Dann geht es weiter mit dem nächsten Versuch, die Beziehung zu beenden. Das war vor knapp zwei, drei Wochen, wo jedes Jahr gestern behauptet hat, sie wüsste nicht, warum ich das da beenden wollte. Das vergisst man ja auch einfach mal so. Ich habe das auch in den Kommentaren gesehen, dass ihr das auch schreibt, so, ja, weiß ich nicht, warum wir letzte Woche Schluss machen wollten. Ist auch voll glaubwürdig, so, ne? Boah, was war denn da nochmal? Ist ja schon sieben Tage her. Ups. Nach dem, was alles passiert ist, kam ja dann der zweite Podcast online von Pavi und Max und da haben die beiden oder Max überwiegend, ja, also wirklich sehr extrem über mich gesprochen, sehr verachtend, sehr respektlos und sie hat nichts Besseres zu tun, als diesen Podcast bei Max auf der Seite zu liken und zu kommentieren. Hat jemand von euch diesen Podcast gehört? Ich würde den gerne hören. Ich glaube, den muss ich auch noch kommentieren, weil wenn das auch wirklich stattgefunden hat, das ist ja etwas, was man sehen kann, ne? Ihr liked da drunter und ihr commentt, außer sie hat das gelöscht. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ist das natürlich auch voll Verrat. Du musst doch, du musst doch hinter deinem Partner stehen. Du kannst doch nicht in einer Podcast-Folge, in der schlecht über ihn geredet wird, das auch noch liken und kommentieren. Was ist das für ein Statement, sag mal? Und in dem Moment ist in mir drin alles gestorben. In dem Moment habe ich mir gedacht, das kann nur ein Scherz sein. Das kann ich auch voll verstehen. So, und dann finde ich es auch noch verständlicher, wenn da wirklich schon so eine Schwelle für ihn erreicht war, was ja auch voll nachvollziehbar ist, dann kann man schon mal ein, zwei Wochen später, wenn sie dann Widerschluss macht oder sie hat dann ja eine Woche später Schluss gemacht, also vor zwei Tagen, dann auch einen wegstecken. Ganz ehrlich, weil das hat sich ja alles aufgebaut. Ist ja nicht so, als wärt ihr voll glücklich gewesen und dann wäre irgendwie vorbei gewesen aus Spaß, ja, mit Blocken und Fotos löschen und so und er hat eine flachgelegt, sondern der hat sich ja dieser Folter scheinbar so lange ausgesetzt, so, und dann hat er sich halt innerlich schon vorher von dir getrennt, verstehst du, weil du auch einfach grauenvoll ihm gegenüber gewesen zu sein scheinst. Wie kann man denn, wenn jemand so schlecht über deinen Freund spricht, das noch leiten und gut finden und nicht mal was dazu sagen? Ich habe ihr gesagt, das, was du gerade gemacht hast, das geht nicht, das war es. Sie hat, sie hat gekämpft, sie hat das gemacht, was ich verlangt habe. Ich habe dann halt verlangt, ich möchte, dass du halt niemanden folgst und nie wieder in deinem ganzen Leben Kontakt mit diesen Menschen hast. Nach langem hin und her, nach drei Tagen hat sie es dann gemacht. Okay, wow. Also so richtig aus freien Stücken, ne? Ja. Aber guck mal, er gibt hier ja auch zu, okay, nach langem hin und her hat sie es gemacht. Also er sieht schon auch die Sachen an, die sie getan hat. Sie macht das andersherum gar nicht. Für sie ist er jetzt einfach nur das böse Monster und alle sollen wissen, wie schlecht er ist. Und sie sucht überall nur Beweise und grauenvolle Details, die sie über ihn verteilen kann, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Das macht er nicht. Und auch da habe ich wieder an das Gute geglaubt und habe gedacht, okay, wir schaffen das so. Das kann funktionieren. Dann bin ich zurück zu ihr. Es hat sich nicht wirklich viel verändert. Einen Tag später haben die wieder in der Gruppe alle miteinander telefoniert. Er war auch dabei. Ich habe ihr oft gesagt, ich bin nicht mehr glücklich. Ich habe ihr oft gesagt, das verletzt mich alles so krass. Meine Gefühle sind halt einfach auch immer weniger geworden. Ist einfach so. Kann man auch voll verstehen. Also sie hat das dann wieder nicht respektiert und hat wieder mit ihm geredet. Ob in der Gruppe oder nicht, egal. Ich kann das bei ihm einfach voll verstehen. Es geht einfach nicht. Da darf kein Flirt mehr entstehen. Lass es einfach. Es ist einfach zu sensibel. Wenn ihr euch drei Jahre später irgendwo trefft und so und dann irgendwie mal wieder redet durch Zufall, okay. Aber das geht einfach nicht. Der Junge will sich von dir trennen. Der hat voll den Herzschmerz und sie übergeht das dann einfach so oder wie? Dann kam halt nur die Phase Fabius Geburtstag. Sie wollte halt natürlich unbedingt hin. Ist ja klar. Also ich wäre halt auch gekommen. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mir das alles nicht mehr geben. Ich kann nicht dastehen und wieder sehen, wie die dann miteinander reden und so. Ich habe gesagt, Nimm es mir nicht übel. Ich komme nicht mit. Ich möchte nicht mitkommen. Du kannst gerne fahren. Okay, wow. Kann man doch auch verstehen, oder? Ich kann mir das nicht mehr geben. Ich möchte mich so einer Situation nicht mehr aussetzen. Ein anderer hätte das dann schon mit ihr beendet, aber er war so, okay, fahr einfach hin. Mach, was du willst. Ekelhaft ist es, aber mach es einfach. Ich will es aber einfach nur nicht sehen, okay? Ich habe mich dann dafür entschieden, mit Roger halt nach Berlin zu fahren, weil ich auch nicht zu Hause liegen wollte und mir dann die ganzen Storys geben wollte. Ich wollte einfach, ja, mit Roger hier ein bisschen Ablenkung haben, nicht an das denken müssen. Würde ich ja genauso machen, um ehrlich zu sein. So, sie durfte fahren, er hat sich was vorgenommen mit einem Freund. Darf man doch auch, oder? Und deswegen habe ich ihr gesagt, ich fahre nach Berlin. Snow ist dann krank geworden, das stimmt. Da war ich aber auch schon zu Hause, also einen Tag in NRW. Sie hat dann halt den Geburtstag abgesagt und hat halt gefragt, ob ich auch zu Hause bleiben möchte oder würde. Was auch echt ekelhaft ist, so, nur weil ihr Plan nicht aufgeht, weil ihr Kind krank ist, ja, will sie, dass er seinen Plan auch absagt. Wie widerlich ist das bitte? Dann hast du Pech gehabt. Und vor allem, dass sie auch nicht sieht, er ist, guck mal, der Arme weicht dir ja aus, weil er sich so in der Situation nicht stellen möchte. Gibt Geld mit seinem Freund aus, der auch seit Ewigkeiten anscheinend nicht gesehen hat und gönnt sich ein Berlin-Wochenende. Und nur weil die Kleine krank wird und du auf diesen ekelhaften Geburtstag nicht gehen kannst, auf den du eh nicht hättest gehen sollen, weil es sich einfach nicht gehört, weil der Arme leidet, er fragt sich, ob er jetzt auch seine Pläne cancelt und mit ihr zu Hause bleibt. Natürlich nicht. Ich habe gesagt, so kurzfristig geht das jetzt nicht. Also, ihr müsst verstehen, ich habe mir mein ganzes Leben aufgegeben oder dagelassen und ich habe meine Familie und Roger und meine Freunde teilweise dann einen Monat am Stück nicht gesehen und so. Ja, und dann kann man verstehen, dass er die halt wiedersehen möchte. Also, ich meine, hallo. Und deswegen war mir das halt wichtig, das mit Roger zu machen. Der hat sich halt mega darauf gefreut. Wir hatten das schon gebucht und deswegen habe ich gesagt, ich würde ihn dann trotzdem fangen. Sie fand es halt dann extrem schlimm und hat halt dann auch gesagt, ja, wenn du da feiern gehst und so, das passt nicht in meine Beziehung. Obwohl sie ja selber mit den Jungs feiern gegangen wäre. Ja, es ist ein Geburtstag, vielleicht auch was anderes, ja, aber man kann ja nicht selber immer alles machen und dem anderen verbieten oder dann halt schlimm finden. Okay, wow. Auch da, ich muss leider sagen, ich glaube da, ich glaube wirklich, dass die so irre unterwegs ist. So, und das passt dann nicht in ihre Beziehung oder was? Also, was, dass er in Berlin ist oder wie? Und du wolltest eigentlich auf der gleichen Geburtstagsfeier sein, wo auch Max ist? Also, mit dem du eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben sollst, weil es ihm berechtigterweise wehtut? Naja, auf jeden Fall war ich, wie gesagt, fünf Minuten in Berlin, seit die Beziehung beendet. ich habe ihr halt geschrieben, ich sage dir viel Spaß auf dem Geburtstag von Fabio und du redest mir halt andauernd alles schlecht und findest das schlimm, wenn ich dann hier zum Beispiel auch feiern gehe. Dann habe ich geschrieben, coole Freundin, dann hat sie geschrieben, Ex-Freundin. Und ja, dann hast du auch Pech gehabt, so, weil er scheint mir auch der unsichere Bindungstyp zu sein, bin ich euch ganz ehrlich, weil er auch einfach viel zu viel Anpassungswillen an den Tag gelegt hat und was er dann in dem Moment gemacht hat, nämlich mit der Frau in Berlin zu schlafen, war ein Protestverhalten. Wenn das alles stimmt, dann hat er so viel gesturpt und so viel gelitten und so viel Bauchschmerzen gehabt und jetzt hat er eine Möglichkeit gesucht, diese Beziehung trotzdem weiterhin aufrecht zu erhalten, aber sich da nicht so diese Kreissäge zu gönnen, die er dann reinläuft, indem er ja nicht auf den Geburtstag gehen wollte, sondern nach Berlin. Jetzt hat die Alte ein krankes Kind zu Hause, will, dass er auch zu Hause bleibt und er sagt, nee, ich brauche auch mal meine Freunde und dann macht sie mit ihm Schluss, dann würde ich auch sagen, ja, Süße, kannst du dir beide einmal richtig reinstecken lassen, so, ne, Fingern im Fernsehen hat es ja auch gerne gemacht, so, kannst du ja auch selber jetzt einmal reinstecken hier, ich bumse jetzt eine andere, ist mir egal, ich habe nämlich, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe einmal die Schnauze gestrichen voll und hat dann gesagt, ja, das passt halt alles nicht, ist mir dann entfolgt, hat die Bilder gelöscht, demnach war die Beziehung beendet. Das kann man ja auch alles nachverfolgen, ne, dass sie ihm dann nicht mehr gefolgt ist und dass sie Bilder rausgenommen hat, also, das wäre ja jetzt wirklich alles sehr, sehr gut irgendwie durchdacht und ausgedacht und so und, ne, weil sie hat ja auch unter das Video kommentiert, irgendwie sehr glaubhaft und so, also ihr scheint ja auch richtig schlecht zu gehen, so, dass sie immer noch weiterhin Storys aufnimmt und immer noch weiterhin gegen ihn schießt und so weiter, also, ich habe das Gefühl, er hat recht, der Junge. Kommen wir zu den nächsten Themen, die sie halt angesprochen hat, Thema Miete. Ganz am Anfang der Beziehung habe ich zwei, drei Mal mit ihr darüber gesprochen, ja, wie ist das denn jetzt mit zusammenziehen und so soll ich jetzt offiziell zu dir ziehen, so sollen wir zusammenziehen, dann hieß es immer, 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 ja, warte doch erst mal die Show ab und ich habe mir gedacht, worauf soll ich denn warten? Also, ich bin mir ja sicher mit euch beiden, ich bin mir ja sicher, was soll die Show jetzt ändern? Es war sowieso immer für mich, alles, was in der Show passiert ist, ist mir scheißegal. Ja, weil sie halt wusste, was du dann zu sehen bekommen wirst, weil sie auch wusste, wenn sie so etwas über dich zu sehen bekommen würde, in der Ausstrahlung würde es ihr wehtun und deswegen heißt es immer so schön, tu niemandem etwas an, was du selber nicht gut finden würdest. Sie weiß ja, wie sie mit beiden gespielt hat und sie weiß, dass die Ausstrahlung zeigen würde, wie doll er einfach nur ein Trostpreis ist und deswegen wollte sie halt nichts riskieren. Wir waren beide Single, sie konnte machen, was sie wollte, aber alles, was nach der Show passiert, ist für mich ein Totalschaden. Ja, also wenn das alles so passiert ist, dann ist das wirklich ein mächtiger Totalschaden. Naja, ich habe mir dann halt gedacht, ja okay, dann frage ich halt nicht mehr Pech, so, dann ziehen wir halt nicht zusammen, dann warten wir halt, worauf auch immer. Aber auch da hat er sich wieder gefügt. Eigentlich müsste man sagen, ey du Dumme, sag mal jetzt nochmal, was ist da passiert? Was willst du eigentlich? Warum rufst du diesen Menschen die ganze Zeit an? Warum hast du seinen Ring in deinem Portemonnaie? Was willst du genau? Und dann müsste man eigentlich sagen, okay, entweder wir ziehen das zusammen und dann ist es mir hier alles viel zu viel Spanisch und alles viel zu lauwarm und so weiter. Lass mich einfach in Ruhe mit deinen ganzen Problemen, okay? Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja okay, man kann ja trotzdem was dazu beisteuern. Ja, kann man auch, also gebe ich euch recht. Die neue Wohnung wurde nur halt nicht, also irgendwie zusammen ausgesucht oder so. Das hat sie halt mit ihrer Mutter alles gemacht. Das heißt, ich wusste nie, wie teuer die Miete da jetzt ist. Was da für Kosten auf einen zukommen, keine Ahnung. So, die Wohnung kostet, weiß ich nicht, um die 3000 Euro, ich weiß es nicht. Ja, man kann sich jetzt auch keine Wohnung ohne den Partner aussuchen mit der Mutter und dann aber so nach eigenem Budget gehen und dann so denken, ja gut, der macht das dann. Das geht halt einfach nicht. Also wenn das auch wirklich so gewesen ist, dann tut es mir halt auch ein bisschen leid. Mir gehört kein einziges Teil in der Wohnung, das ist komplett ihre Wohnung und ihr dürft nicht vergessen, ich habe ja noch mein Leben in NRW. Ich wohne da halt mit meiner Mama in einem großen Haus, da zahle ich auch Miete. Ich habe ein deutscher Firmengelände, das kostet Miete, da zahle ich auch Miete. Ja, also dann hätte sie das halt offiziell machen müssen. Dann hätten die sich besprechen müssen und sagen müssen, okay, wir ziehen jetzt zusammen. Wie viel Budget haben wir? Was machen wir mit deiner Wohnung? Und sie kann ja jetzt nicht, also sehe ich halt genauso, sie kann ja nicht verlangen, dass er jetzt sein ganzes Leben weiter finanziert, was irgendwo parallel stattfindet und dann bei ihr in der Wohnung die Hälfte bezahlt für diese überteuerte Wohnung, die er gar nicht mit ausgesucht hat, wo er gar nicht das Budget abgesegnet hat, wo nichts drin seins ist. Ich habe halt das Auto mit in die Beziehung gebracht, das ist auch eine sehr teure Leasingrate plus Sprit. So, ich habe auch, keine Ahnung, Fixkosten von über 200.000 Euro im Monat. Es ist halt so. Da wurde auch nie nachgefragt. Hat sie auch nicht erwähnt in ihrem Video, dass er sie überall hingocchiert hat. Ja genau, Thema Auto, ist ja klar, ich bin überall mit ihr hingefahren, so zu ihren Nägelterminen, die 45 Minuten weit weg waren. So sieht sie mir aber auch aus, weißt du, so scheiß auf alles, ich fahre zu meiner Nageltanze, die eine Stunde entfernt ist, also, wenn es mal, alles halt einfach auf, keine Ahnung, die Babyparty, einkaufen, da habe ich auch nie gesagt, ja okay, jetzt müssen wir langsam mal Sprit teilen und so, wenn wir eh schon eine Gemeinschaft sein wollen, dann müssen wir alles teilen. Nein, habe ich nie gesagt, ist ja auch egal. Ja und er geht da, finde ich halt auch nicht so ins Detail irgendwie, er muss sich jetzt natürlich wehren, aber das hat sie ja auch gar nicht erwähnt, sie hat sich ja auch nicht am Auto beteiligt, warum eigentlich? Müsste sie sich dann nicht eigentlich auch in seiner Wohnung beteiligen, müssten sie nicht alles hälftig dann machen, weil sie sind dann ja eine Gemeinschaft und sie will ja irgendwie auch nicht mit ihm zusammenziehen, sodass er seine Butze ganz normal aufgeben kann und das offiziell alles geplant werden kann zusammen, wollte sie ja nicht. Ich kann schon verstehen, warum er keine Miete gezahlt hat, um ehrlich zu sein. Kommen wir noch kurz blauer Haken. Ich habe den nicht selber beantragt, also das hat Roger für mich gemacht. Man kann sich dann auch von mir aus fragen, was schlimmer ist, ob jetzt einer neben ihrem Betten blauen Haken beantragt oder ob sie halt heimlich mit ihm schreibt oder ihm folgt, obwohl man ihn dann da liegt. Könnt ihr für euch entscheiden, also. Also ich muss sagen, damit hat er ihr so richtig einmal gegeben, weil er hat es vorher auf den Punkt gebracht. Was ist schlimmer? Thema Show und Fame geil und alles. Jeder weiß, jeder, der in eine Show geht, weiß, was passieren kann. Es ist ja klar, dass man Reichweite generiert, das ist logisch. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Ich wusste natürlich auch, was die Show für Auswirkungen haben kann. Ja, das ist ja normal. Nur, ich wusste natürlich nicht, dass ich gewinne, dass ich mich verliebe und dass ich halt jetzt acht Monate mit ihr zusammen zusammen gewesen bin. Auch da muss man sagen, warum sucht sie denn den Partner im Fernsehen, obwohl sie eigentlich niemanden ins Leben lassen möchte, der eventuell nur Fame haben möchte. Also sie will ja selber auch Fame haben. Und warum nimmt sie eine Story auf über ihr Innerstes und Privatestes überhaupt gestern und vorgestern, wenn sie keinen Fan haben will? Ich war vorher fünf Tage auf Mallorca. Ich habe mir wirklich gar nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, geil, einfach ein bisschen, einfach eine coole Zeit machen, dass ich mich so schnell verliebe, das wusste ja keiner. So und ich weiß nicht, jedes hat gesagt, jetzt wo ich alles habe, war es, also es ist ja klar, dass ich das beende oder so. Würde es ja danach gehen, dann hätte ich ja direkt nach dem Finale Schluss machen können. Also das ist ja, ist irgendwie auch ein guter Punkt, weil dann hätte er 25.000 Euro gehabt und hätte einfach das weitersuchen können. Er hätte ja jetzt nicht erst mal acht Monate mit ihr zusammenleben müssen. Ich habe ihr das wirklich sehr krass geliebt. Sehr krass geliebt. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe ihr immer wieder verziehen. Viele kennen das vielleicht von euch, wenn man jemanden so extrem liebt, dann macht man halt auch nicht so einfach Schluss. Es ist halt so, es geht halt nicht so einfach. Dazu kommt natürlich halt, wie gesagt, Snow. Ich will einfach jetzt am Ende des Videos nochmal klarstellen, alles war echt. Ich liebe Snow immer noch. Meine Gefühle zu jedes waren echt. Und egal, was passiert, ich möchte, wie gesagt, sehr gerne fürs Snow da sein. Ich will mit ihr auf Spielplätze gehen können. Ich will sie einfach sehen, ihr Geschenke machen. Also irgendwie ist das süß. Wenn ihr das dann auch so meint, dann finde ich das ziemlich sweet und auch so wertschätzend für das Kind so an sich. Natürlich könnte sie jetzt am Ende auch sagen, hier, du bist ja noch nicht mal der leibliche Vater. Wir hatten eine achtmonatige Beziehung, in der ich dich gar nicht wirklich geliebt habe. Also möchte ich eigentlich eher nicht so gerne, dass du Kontakt hast zu der Kleinen. Für mich hat das nichts mit jedes zu tun. Das sind wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich kann es nur anbieten. Das würde mich halt natürlich sehr verletzen, wenn sie es halt ablehnen würde. Natürlich ist das keine Sache für jetzt. Das braucht halt seine Zeit. Ich gebe ihr auch die Zeit. Nur würde ich es mir halt wünschen, wenn sie vielleicht irgendwann dann auf mich zukommt und sagt, okay, du kannst sie sehen. Ich glaube, dass sie es nicht machen wird. Aber auch hier so empathisch und irgendwie so, man merkt, der hat ein paar Gehirnzellen eingeschaltet und sagt halt auch so, okay, es ist jetzt nicht für sofort und so. Also, wenn ich ihm zuhöre, muss ich halt nicht so offensichtlich mit dem Kopf schütteln wie bei ihr. Das muss ich halt feststellen. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe jedes in der Beziehung nie betrogen. Ich war immer ehrlich. Alles war echt. Und es ist jetzt einfach alles so passiert, wie es passiert ist. Also, dass er nicht in der Beziehung war, ist klar. Deswegen, es gab keinen Betrug. Da hat er schon mal recht. Finde ich, ist genau, ist wirklich so. Sie hat sich ja getrennt und zwar war es auch nicht nur einfach ein Dahergesagte, es ist vorbei, sondern sie scheint in mir ein Volk zu sein und Fotos gelöscht zu haben, wo ich so sage, hier, also richtig so hier, den hier. Und jetzt ist es noch so, dass seine TikToks von früher wohl irgendwie interessant zu sein scheinen. Die werde ich mir natürlich angucken. Was ich aber sagen muss, ist natürlich, dass jeder Mensch mit jedem Menschen nochmal anders ist. Das bedeutet, selbst wenn er wirklich ein Fuckboy gewesen ist, in anderen Lebenssituationen, kann es tatsächlich sein, dass er darauf vielleicht auch keinen Bock mehr hatte und dass es mit ihr anders angehen wollte. Ja, also, selbst wenn diese alten TikToks jetzt irgendwie voll komisch sind und einen anderen Jannik zeigen, ja, man kann sich auch ändern. Wenn ihr sehen würdet, wie ich vor vier, fünf Jahren mein Content aufgenommen habe und was ich so auf Insta veröffentlicht habe, ihr würdet mich nicht wiedererkennen. Das sage ich euch so, wie es ist. So, ich habe ganz viel mit Haut gemacht, ich habe ganz viel Haut gezeigt, und immer Regenbogen-Sachen getragen, in Unterhosen Bilder und Videos hochgeladen, Videos von meiner Beule in so einer Badehose und also wirklich. Und trotzdem bin ich heute der, der ich bin. Und das sind Prozesse, aber ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und das Zweite ist, ich bin noch gerade über so einen Kommentar gestolpert. Ich würde viel zu weit gehen mit meinem Kommentar vom letzten Video und die Person wünscht sich, dass ich den irgendwann entfernen muss, weil Jelis ist ja jeden Tag mit ihrer Tochter. Und wie kann ich es wagen, zu sagen, sie würde das Kind der Tochter, die Zukunft oder das Leben der Tochter zerstören? Ja, weil sie sich so eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit gibt und weil sie uns ja auch sagt, sie hatte die ganze Zeit über ein schlechtes Bauchgefühl bei Yannick. Und dann hat sie aber ihn reingelassen und ihn bei sich und Snow einziehen lassen und so, obwohl sie so ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Da würde ich halt sagen, ja, da müsstest du eigentlich immer alle Sensoren spitzen und so ein Risiko immer ausschließen. Deswegen sage ich das. Und auch immer so dieses, der Vater will nichts mit der Snow zu tun haben. Das wird die alles irgendwann sehen und das wird sie zerstören. Das würde es mich zumindest. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird sie nichts zerstören. Vielleicht hat so ein gutes Urvertrauen dank ihrer stabilen Mutter, dass ihr das alles am Arsch vorbeigehen wird. Aber ich befürchte nicht. Und wenn ich Unrecht behalte, ist es doch umso besser. So, was sagt ihr zu diesem Video und zu ihm? Wie wirkt das auf euch? I love you.